Leon Kafcesi Regisseure Studien und Kritiken für Filme Große Regisseure 1993 Direktorenportrait 1996 albanischer Film und Zeit 2002 Interview für Film 2002 mit Keep Movies 2003 Die Geschichte der Welt kein Matographie INFBOTUES 2008 Dokumentarfilmografie 1974 Vergiss meinen Sohn nicht Drehbücher Nationaler Wettbewerb 1990 Regisseure 90 Drehbücher 1992 Kopfschmerz ohne Kopf Regisseur Co. Drehbücher 1993 Man of Free World Regie Drehbücher 1993 in Filmway Regie Drehbücher 1993 Das Licht der Stadt Regie Drehbücher 1994 Poet in Inquisition Regie Drehbücher 1994 Nation Religion Regisseur 1994 Ein Maler in New York Regisseur 1994 Join in Diaspora Direkter Kooperator 1995 Kinderträume Regie Drehbuch Produzent 1995 Courage in Cinematographie Regie Drehbücher 1996 Ismail Kadare und Sabato Drehbuchbetreiber 1996 Ein Maler in Paris Drehbuchbetreiber 1996 Oma Kaleschi Drehbuchbetreiber 1996 Paris Paris Direktorbetreiber 1996 Avalanche Drehbuchbetreiber 1996 Direktor Sway Regie Drehbuchbetreiber 1997 Sipat Press Regie Drehbuchbetreiber 1997 meine Hörprobe Regisseur Drehbuchoperator 1997 der Vater von Abenian Church Direktor Betreiber 1998 Krancia unser Dirigent Direktor Producer Director of Photography 1998 Der Kampf um ein Mann Direktor Director of Photography 1999 Botschaft des Humanismus Regie Drehbuch Direktor der Fotografie 2 Serien 2000 Liebesbotschaft Regie Drehbücher Produzent Fotograf 2003 World Health Organization Regie Drehbuchdirektor der Fotografie 2003 A Moisy Regisseur Co. Drehbücher Director of Photography 2004 So Raida Kerr Regie Drehbuchdirektorin für Fotografie Zusammenarbeit mit Zeitschriften Film von 1992 bis 2002 Film Image 1997 Album Fotografie 2012 2002 2012 2017 Vielen Dank.